Lektion 81. Was machen unsere Kinder? Was machen die Kinder heutzutage? Sie haben sich mit Schulaufgaben und einigen außerschulischen Aktivitäten beschäftigt. Das ist gut. Welche Art von Aktivitäten machen Sie? Unsere Tochter nimmt Klavierunterricht und unser Sohn spielt in einer Fußballjäger. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Genießt Sie es? Das sind Sie. In Ihrer Freizeit lesen Sie auch gerne und spielen Brettspiele. Das ist großartig. Ich mache mir Sorgen, dass meine Kinder zu viel Zeit an ihren Computern und Telefonen verbringen. Vielleicht könntest du sie ermutigen, sich an Aktivitäten außerhalb des Hauses zu beteiligen. Das ist eine gute Idee. Welche Art von Aktivitäten schlagen Sie vor? Vielleicht könnten Sie einer Sportmannschaft oder einem Verein beitreten. Das ist eine gute Idee. Das muss ich mir mal anschauen. Lektion 82. Lieblingsfoto Hallo Anna. Hast du ein Lieblingsfoto? Ja, das tue ich. Es ist ein Bild meiner Familie am Strand, als wir vor ein paar Jahren in den Urlaub gefahren sind. Das ist schön. Ich habe ein paar Favoriten, aber einer, der heraussticht, ist ein Foto, das ich von einem Sonnenuntergang über den Bergen gemacht habe. Das hört sich schön an. Wo wurde es aufgenommen? Es wurde auf einem Campingausflug in Colorado aufgenommen. Ich wette, die Farben des Himmels waren unglaublich. Ja, das waren sie. Ich liebe es, auf alte Fotos zurückzublicken und mich an die Erinnerungen zu erinnern, die damit verbunden sind. Hier ist es genauso. Deshalb liebe ich das Foto meiner Familie am Strand. Es weckt so viele glückliche Erinnerungen. Es ist schön, diese Erinnerungen an die Menschen und Orte zu haben, die wir lieben. Dem stimme ich zu. Fotos sind so eine persönliche Sache und sie können eine Geschichte erzählen. Und das ist der Grund, warum ich die Fotografie liebe. Es ist eine Möglichkeit, diese Geschichten und Erinnerungen für immer festzuhalten. Ein einfaches Foto kann so viel Bedeutung haben. Lektion 83. Wie kommt man von hier zum Supermarkt? Hallo Anna, weißt du, wie du von hier aus zum Supermarkt kommst? Ja, es ist nur ein paar Blocks entfernt. Willst du, dass ich dir eine Wegbeschreibung gebe? Das wäre toll. Ich kenne mich in diesem Bereich nicht sehr gut aus. Sicher. Wenn Sie dieses Gebäude verlassen, biegen Sie links ab und gehen Sie zwei Blocks geradeaus. Biegen Sie dann an der Kreuzung rechts ab und der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite. Okay, verstanden. Ist es ein großes Geschäft? Ja, es ist ziemlich groß. Sie haben eine große Auswahl an Lebensmitteln und Haushaltsgegenständen. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wissen Sie, wann es schließt? Ja, es ist jeden Tag bis 21 Uhr geöffnet. Okay, großartig. Ich muss ein paar Dinge abholen und ich möchte Ihre Stunden nicht verpassen. Kein Problem. Lass es mich wissen, falls du Hilfe bei der Suche nach etwas im Laden benötigst. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Hilfe. Jederzeit, John. Wir wünschen Ihnen einen guten Einkaufsbummel. Lektion 84. Ich suche einen rosa Regenschirm. Hallo, willkommen in unserem Shop. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Hallo, ich bin auf der Suche nach einem rosa Regenschirm. Haben Sie welche auf Lager? Es tut mir leid, aber wir haben im Moment keine rosa Regenschirme auf Lager. Möchten Sie, dass ich überprüfe, ob wir ähnliche Farben haben? Nein, das ist okay. Pink ist die einzige Farbe, die mich interessiert. Ich verstehe. Es tut mir leid, dass wir nicht das haben, wonach Sie suchen. Das ist in Ordnung. Wissen Sie, wann Sie vielleicht mehr rosa Regenschirme auf Lager haben? Leider bin ich mir nicht sicher. Unser Lagerbestand ändert sich häufig, so dass es eine Weile dauern kann, bis wir mehr einsteigen. Okay, danke, dass du mich informiert hast. Gibt es sonst noch etwas, bei dem ich dir helfen kann? Nein, das ist alles, was ich brauchte. Ich werde weiter woanders nach einem rosa Regenschirm suchen. Es tut mir leid, dass wir dir heute nicht helfen konnten. Hab einen schönen Tag. Danke, du auch. Lektion 85. Wo kann man heute Abend essen? Hallo, Anna. Wie kann ich dir helfen? Hallo, John. Ich brauche deine Hilfe. Ich versuche zu entscheiden, wohin ich heute Abend zum Abendessen gehen soll. Okay. Auf welche Art von Essen hast du Lust? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht etwas Italienisches oder Mexikanisches. Nun, es gibt ein großartiges italienisches Restaurant in der Innenstadt, von dem ich Gutes gehört habe. Das hört sich interessant an. Kennen Sie den Namen? Ja, es heißt La Trattoria. Sie haben erstaunliche Nudelgerichte. Das hört sich perfekt an. Was ist mit mexikanischem Essen? Es gibt ein großartiges mexikanisches Lokal in der Main Street namens El Ranchero. Sie haben fantastische Tacos und Burritos. Oh, ich war schon einmal dort und habe es geliebt. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Kein Problem. Also, zu welchem tendieren Sie? Ich denke, ich gehe heute Abend mit La Trattoria. Ich habe Lust auf Pasta. Gute Wahl. Lass mich wissen, wie es ist. Wird schon gehen. Danke für deine Hilfe, John. Jederzeit, Anna. Guten Appetit! Lektion 86 Am Freitag bin ich eigentlich ziemlich beschäftigt. Hallo Anna, willst du am Freitag zu Abend essen? Das würde ich gerne, aber am Freitag bin ich eigentlich ziemlich beschäftigt. Oh, okay. Habt ihr diese Woche noch andere Verfügbarkeiten? Wie wäre es mit Samstag? Würde das für Sie funktionieren? Der Samstag funktioniert für mich. An wie spät hast du gedacht? Wie wäre es mit 19 Uhr? Klingt gut für mich. Haben Sie einen Ort im Sinn? Ja, es gibt ein neues Sushi-Lokal, das gerade eröffnet wurde und das ich schon immer ausprobieren wollte. Es heißt Sushi-Haus. Ich habe Gutes über diesen Ort gehört. Lass es uns tun. Großartig! Ich werde eine Reservierung für uns vornehmen. Danke, Anna. Ich freue mich darauf. Ich auch. Wir sehen uns am Samstag. Lektion 87 Ich fühle mich nicht wohl. Hey Anna, geht es dir gut? Nicht wirklich. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich könnte mit etwas runterkommen. Es tut mir leid, das zu hören. Was scheint das Problem zu sein? Ich habe Kopfschmerzen und mein Magen fühlt sich mulmig an. Vielleicht solltest du den Rest des Tages etwas ruhiger angehen lassen und dich ausruhen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich will mich nicht zu sehr anstrengen. Wenn du etwas brauchst, lass es mich einfach wissen. Wenn du etwas brauchst, lass es mich einfach wissen. Danke, John. Ich weiß es zu schätzen. Hast du irgendwelche Medikamente oder irgendetwas gegen deine Kopfschmerzen genommen? Nein, noch nicht. Ich dachte darüber nach, etwas Ibuprofen zu nehmen. Das ist eine gute Idee. Und achten Sie auch darauf, viel Wasser zu trinken. Wird schon gehen. Danke für deine Hilfe, John. Natürlich, Anna. Pass auf dich auf. Lass es mich wissen, falls du noch etwas brauchst. Das werde ich. Danke noch einmal. Lektion 88. Können Sie mir helfen, diesen Tisch zu verschieben? Hi, Anna. Brauchst du dabei Hilfe? Eigentlich ja. Können Sie mir helfen, diesen Tisch dorthin zu verschieben? Klar, kein Problem. Lassen Sie es uns gemeinsam tun. Vielen Dank, John. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Dafür sind Freunde da. Gibt es sonst noch etwas, bei dem Sie Hilfe benötigen? Eigentlich ja. Haben Sie Erfahrung mit der Reparatur eines undichten Wasserhahns? Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Verfügen Sie über die notwendigen Werkzeuge und Teile? Ja, ich habe alles vorbereitet. Ich brauche nur jemanden, der mir zeigt, wie es geht. Okay, schauen wir uns das mal an. Es könnte eine einfache Lösung sein. Danke, John. Ich schätze Ihre Hilfe sehr. Kein Problem, Anna. Ich freue mich, einem Freund in Not zu helfen. Ihr seid die Besten. Ich schulde dir einen. Mach dir keine Sorgen. Lass es mich einfach wissen, falls du in Zukunft noch etwas brauchst. Das werde ich. Nochmals vielen Dank, John. Lektion 89, willst du ein Taxi nehmen? Hier, Anna, willst du mit dem Taxi zum Restaurant fahren? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Wissen Sie, wie viel es kosten wird? Es sollte zwischen 15 und 20 US-Dollar liegen, je nach Verkehr. Okay, das ist nicht so schlimm. Soll ich ein Taxi rufen? Eigentlich habe ich eine App auf meinem Handy, mit der wir eine Fahrt bestellen können. Haben Sie es schon einmal benutzt? Nein, habe ich nicht. Können Sie mir zeigen, wie es funktioniert? Sicher. Zuerst müssen wir unseren Abholort und unser Ziel eingeben, und dann können wir die Art der gewünschten Fahrt auswählen. Okay, das scheint ziemlich einfach zu sein. Ja, es ist wirklich einfach zu bedienen. Und wir können auch über die App bezahlen, sodass wir uns keine Gedanken über das Mitführen von Bargeld machen müssen. Das ist praktisch. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man es benutzt. Kein Problem. Lassen Sie uns jetzt die Fahrt anfordern, damit wir pünktlich zum Restaurant kommen. Hört sich gut an. Danke, dass du dich darum gekümmert hast, John. Hört sich gut an. Jederzeit, Anna. Lass uns Sushi holen. Lektion 90. Ich hasse es, früh aufzustehen. Guten Morgen, Anna. Wie hast du geschlafen? Uff, nicht so toll. Ich hasse es, früh aufzustehen. Ich weiß, was du meinst. Ich bin auch kein Morgenmensch. Es ist einfach so schwer, mich aus dem Bett zu quälen, wenn es draußen noch dunkel ist. Ja, ich verstehe dich. Aber manchmal müssen wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Ich weiß. Ich wünschte nur, ich könnte etwas länger ausschlafen. Hast du versucht, deinen Wecker etwas später zu stellen? Das habe ich, aber dann beeile ich mich, mich fertig zu machen, und ich fühle mich noch gestresster. Das ist verständlich. Vielleicht müssen Sie sich morgens einfach etwas mehr Zeit nehmen, um sich zu entspannen und entspannt in den Tag zu starten. Das ist eine gute Idee. Vielleicht probiere ich das morgen mal aus. Und vergiss nicht, dir einen kleinen zusätzlichen Koffeinschub zu geben, wenn du ihn brauchst. Haha, ja, das hilft immer. Danke für den Rat, John. Jederzeit, Anna. Lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken, bevor wir unseren Tag beginnen. Das hört sich perfekt an. Lass es uns tun. Lektion 91 Draußen ist es richtig heiß. Wow, es ist wirklich heiß heute draußen. Ich weiß, ich fange schon an zu schwitzen. Diese Hitze ist brutal. Ja, es ist definitiv ein Skorcher. Hast du Wasser mitgebracht? Nein, ich habe vergessen, mir eine Flasche zu schnappen, bevor ich heute Morgen abgereist bin. Hier kannst du etwas von mir haben. Es ist wichtig, an Tagen wie diesen hydratisiert zu bleiben. Danke, John. Du bist ein Lebensretter. Kein Problem. Und wenn Ihnen zu heiß wird, können wir jederzeit nach drinnen gehen, um eine Klimaanlage zu erhalten. Ja, das ist eine gute Idee. Ich möchte nicht überhitzt werden. Definitiv nicht. Wir können auch versuchen, etwas Schatten zu finden, wenn wir draußen sein müssen. Ja, das wäre schön. Ich wünschte, ich hätte einen Hut oder etwas anderes mitgebracht, um meinen Kopf vor der Sonne zu schützen. Ich habe einen zusätzlichen in meiner Tasche, falls du ihn ausleihen möchtest. Das wäre toll. Nochmals vielen Dank, John. Jederzeit, Anna. Lasst uns heute versuchen, so cool wie möglich zu bleiben. Lektion 92 Mein Handy ist defekt. Hey, Anna, wie geht's? Nicht toll, mein Handy ist kaputt. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher. Es hat heute Morgen einfach aufgehört zu funktionieren und ich kann es anscheinend nicht einschalten. Hast du versucht, es aufzuladen? Ja, ich habe es schon eine Weile am Ladegerät, aber es lässt sich immer noch nicht einschalten. Das ist seltsam. Vielleicht sollten Sie es zu einer Reparaturwerkstatt bringen und sehen, ob Sie es reparieren können. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Kennen Sie hier gute Reparaturwerkstätten? Das tue ich tatsächlich. Es gibt einen Ort auf der Straße, der sich auf Handyreparaturen spezialisiert hat. Ich habe sie schon einmal benutzt und sie sind wirklich gut. Das ist großartig. Können Sie mir die Adresse und Telefonnummer nennen? Sicher, lass es mich für dich aufschreiben. Bitte schön. Danke, John. Ich schätze Ihre Hilfe sehr. Kein Problem, Anna. Ich weiß, wie wichtig Mobiltelefone heutzutage sind. Lass es mich wissen, wenn ich noch etwas tun kann, um zu helfen. Wird schon gehen. Nochmals vielen Dank, John. Lektion 93 Haben Sie sich schon mit der Beantragung eines Reisevisums befasst? Hier, Anna. Ich habe gehört, dass du eine Auslandsreise planst. Haben Sie sich schon mit der Beantragung eines Reisevisums befasst? Ja, ich habe ein wenig darüber recherchiert. Es scheint ein ziemlich komplizierter Prozess zu sein. Das kann sein, aber es ist wichtig, dass Sie alle notwendigen Dokumente haben, um Probleme an der Grenze zu vermeiden. Das stimmt. Haben Sie einen Ratschlag, wie man den Prozess reibungsloser gestalten kann? Nun, zuerst solltest du die Visabestimmungen für das Land, das du besuchst, überprüfen. Einige Länder haben unterschiedliche Arten von Visa, abhängig von der Dauer ihres Aufenthalts und dem Zweck ihres Besuchs. Okay, das mache ich schon. Was sollte ich sonst noch wissen? Sie müssen einen Antrag ausfüllen und Belege wie Ihren Reisepass, Ihren Reiseplan und einen Nachweis über die finanzielle Unterstützung vorlegen. Verstanden. Muss ich zur Botschaft gehen, um das Visum zu beantragen? Das hängt vom Land ab. In einigen Ländern können Sie sich online oder per Post bewerben, während Sie in anderen Ländern persönlich zur Botschaft gehen müssen. Okay, das schaue ich mir mal an. Danke für deine Hilfe, John. Kein Problem, Anna. Lass es mich wissen, falls du weitere Ratschläge oder Hilfe bei dem Prozess benötigst. Das werde ich. Danke noch einmal. Lektion 94, ein neues Mitglied für unser Team einstellen. Hey Anna, ich habe gehört, dass wir ein neues Mitglied für unser Team einstellen. Weißt du, wer es ist? Ja, ich habe das Memo erst heute Morgen bekommen. Ihr Name ist Sarah und sie hat viel Erfahrung auf unserem Gebiet. Das sind großartige Neuigkeiten. Wann fängt sie an? Sie fängt nächsten Montag an. Ich freue mich sehr, sie an Bord zu haben. Ich auch. Weißt du, ob wir an der Ausbildung beteiligt sein werden? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass wir eng mit ihr zusammenarbeiten werden, um sie auf den neuesten Stand unserer Projekte zu bringen. Das macht Sinn. Glaubst du, wir sollten ein Begrüßungsessen oder etwas für Sie planen? Das ist eine gute Idee. Es wäre eine schöne Möglichkeit, sie dem Team vorzustellen und ihr das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Ja, ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit, das Eis zu brechen. Hast du Vorschläge für eine gute Anlaufstelle? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Lokal, das gerade die Straße runter eröffnet hat? Ich habe Gutes darüber gehört. Das hört sich perfekt an. Planen wir, an Ihrem ersten Tag dorthin zu gehen. Großartig! Ich sende eine E-Mail an das Team, um die Details zu bestätigen. Hört sich gut an, Anna. Ich kann es kaum erwarten, Sarah kennenzulernen und mit ihr zu arbeiten. Hier ist es genauso, John. Ich habe das Gefühl, dass sie eine großartige Ergänzung für unser Team sein wird. Lektion 95, ein wichtiges Datum. Hi Anna, weißt du noch, was heute ist? Ja, es ist der 9. Juni. Warum fragst du? Weil heute ein wichtiges Datum für mich ist. Es ist mein Jahrestag mit meiner Frau. Oh wow, herzlichen Glückwunsch! Wie lange sind Sie schon verheiratet? Wir sind jetzt seit 5 Jahren verheiratet. Es fühlt sich an, als wäre es vorbeigeflogen. Das ist wunderbar. Tun Sie etwas Besonderes zum Feiern? Ja, wir gehen heute Abend in unserem Lieblingsstückhaus essen. Wir versuchen, jedes Jahr zu unserem Jubiläum dorthin zu fahren. Das klingt nach einer schönen Tradition. Habt ihr noch andere Pläne für den Abend? Nicht wirklich. Wir werden uns wahrscheinlich einfach zu Hause entspannen und einen Film oder so etwas schauen. Klingt nach einer perfekten Art zu feiern. Welchen Film möchtest du dir ansehen? Wir haben uns noch nicht entschieden, aber normalerweise entscheiden wir uns für etwas Romantisches oder Nostalgisches. Das ist süß. Nun, ich hoffe, ihr habt ein tolles Jubiläum und einen lustigen Abend. Danke, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Es ist immer schön, jemanden zu haben, mit dem man diese besonderen Momente teilen kann. Natürlich, John. Ich freue mich, für Sie da zu sein. Lektion 96 Was hast du gestern gemacht? Hi, Anna. Was hast du gestern gemacht? Nicht viel, nur ein paar Besorgungen gemacht und ein bisschen Hausputz gemacht. Wie steht es mit dir? Ich war morgens mit ein paar Freunden wandern und am Nachmittag haben wir gegrillt. Das hört sich nach einem lustigen Tag an. Wo bist du gewandert? Wir waren in einem nahegelegenen State Park. Es war wirklich wunderschön mit all den blühenden Wildblumen. Das hört sich sehr schön an. Hast du interessante Wildtiere gesehen? Ja, wir haben einen Haufen Rehe und sogar ein paar Kaninchen gesehen. Es war wirklich cool. Wow, das ist unglaublich. Was habt ihr für das Baby-Kuh gekocht? Wir haben ein paar Burger und Hot Ducks gegrillt und auch ein paar Gemüsespieße für unsere vegetarischen Freunde gegessen. Lecker, das hört sich lecker an. Habt ihr irgendwelche Spiele gespielt oder so? Ja, wir haben Frisbee und Kornholle gespielt. Es war ein wirklich lustiger Tag. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, ein Wochenende zu verbringen. Ich bin neidisch. Wir sollten demnächst ein Picknick oder so etwas zusammen planen. Es würde Spaß machen, draußen abzuhängen. Auf jeden Fall machen wir das. Lektion 97 Wie war deine Reise? Hi Anna, wie war deine Reise? Es war gut, danke. Allerdings hatte ich ein bisschen Ärger beim Zoll, als ich ankam. Oh nein, was ist passiert? Sie haben mir viele Fragen zu meiner Reiseroute gestellt und wie lange ich bleiben möchte. Es war ein bisschen nervenaufreibend. Ja, die Sitten und Gebräuche können manchmal sehr streng sein. Aber solange Sie alle Ihre Dokumente in Ordnung haben, sollte es Ihnen gut gehen. Ja, das stimmt. Ich hatte nur Angst, dass Sie mich aus irgendeinem Grund nicht reinlassen würden. Haben Sie dich am Ende durchgelassen? Ja, nach ein paar Minuten der Befragung und Überprüfung meiner Dokumente haben Sie meinen Pass abgestempelt und mich gehen lassen. Das ist gut zu hören. Hatten Sie Probleme mit Ihrem Gepäck? Nein, zum Glück ist alles heil angekommen. Allerdings war ich etwas besorgt, als ich sah, wie mein Koffer von den Gepäckabfertigern herumgeworfen wurde. Ja, es ist immer ein bisschen nervenaufreibend, zuzusehen, wie dein Hab und Gut so gehandhabt wird. Aber solange alles in einem Stück ist, ist es das, was zählt. Auf jeden Fall. Nun, vielen Dank für Ihren Rat vor meiner Reise. Es hat mir wirklich geholfen, mich auf den Zoll vorzubereiten. Kein Problem, Anna. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Lass es mich wissen, falls du weitere Ratschläge oder Tipps für das Reisen in der Zukunft benötigst. Das werde ich. Danke, John. Lektion 98 Ein neues Baby Hi Anna, ich habe gehört, dass du ein neues Baby bekommen hast. Glückwunsch! Danke, John. Ja, mein Mann und ich haben letzte Woche ein kleines Mädchen bekommen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Wie läuft alles? Es läuft gut, auch wenn wir im Moment ein bisschen unter Schlafmangel leiden. Aber es ist so eine Freude, sie um sich zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Hast du Pläne für die ersten Wochen? Nicht wirklich, wir nehmen es einfach von Tag zu Tag und versuchen, uns an unsere neue Routine anzupassen. Aber wir haben bald eine Familie, die zu Besuch kommt. Das ist schön. Habt ihr euch schon für einen Namen entschieden? Ja, wir haben sie Grace genannt. Wir dachten, es wäre ein schöner Name und er passt gut zu ihr. Ich liebe diesen Namen. Wie geht es Ihrem Mann mit dem neuen Familienzuwachs? Es geht ihm gut. Er war sehr hilfreich beim Füttern und Wechseln von Windeln. Wir sind ein gutes Team. Das ist großartig. Brauchst du etwas? Vielleicht ein paar Babyartikel oder Mahlzeiten? Danke, John. Das ist wirklich nett von dir. Im Moment geht es uns gut, aber ich werde es im Hinterkopf behalten, wenn wir in Zukunft etwas brauchen. Natürlich, jederzeit. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Anna. Ich freue mich sehr für dich und deine Familie. Danke, John. Das bedeutet mir sehr viel. Lektion 99 Auto waschen Ja, ich versuche, es alle paar Wochen zu waschen, damit es sauber bleibt und schön aussieht. Waschen Sie Ihr Auto oft? Nicht so oft, wie ich sollte. Normalerweise bringe ich es einfach in die Waschanlage, wenn es richtig schmutzig wird. Das ist auch eine gute Idee. Aber ich finde es irgendwie therapeutisch, es selbst zu waschen. Das kann ich nachvollziehen. Verwenden Sie spezielle Produkte oder Techniken? Ich benutze gerne eine sanfte Seife und einen weichen Schwamm, um Kratzer auf dem Lack zu vermeiden. Und ich achte immer darauf, es mit einem Mikrofasertuch abzutrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden. Das sind tolle Tipps. Das muss ich beim nächsten Autowaschen ausprobieren. Ja, es hilft wirklich, dass die Farbe wie neu aussieht. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, kleine Kratzer oder Dellen zu erkennen, die möglicherweise etwas Aufmerksamkeit erfordern. Das stimmt. Wachst du auch dein Auto? Ja, ich versuche, es alle paar Monate zu wachsen, um die Farbe vor den Elementen zu schützen. Es dauert etwas länger, aber es lohnt sich auf lange Sicht. Ich war schon immer ein bisschen eingeschüchtert vom Wachsen. Hast du einen Rat für Anfänger? Achte nur darauf, dass du ein hochwertiges Wachs verwendest und es in kleinen Abschnitten auf einmal aufträgst. Und verwenden Sie immer ein sauberes Tuch, um es für ein glattes Finish abzupolieren. Danke für die Tipps, Anna. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ihr Auto sieht übrigens toll aus. Danke, John. Ich bin stolz darauf, dass es schön aussieht. Lektion 100 Ich genieße dieses Essen wirklich. Hier, Anna. Das ist ein tolles Restaurant. Ich genieße dieses Essen wirklich. Ja, da stimme ich zu. Die Aromen sind so reichhaltig und die Zutaten sind wirklich frisch. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, hierher zu kommen. Auf jeden Fall. Was haben Sie bestellt? Ich habe den gegrillten Lachs mit gerüstetem Gemüse bekommen. Es ist wirklich lecker. Wie steht es mit dir? Ich habe mich für den klassischen Cheeseburger mit Pommes entschieden. Es ist schwer, einem guten Bürger zu widerstehen, weißt du? Ich verstehe das total. Und dieser Bürger sieht wirklich saftig und würzig aus. Ja, es trifft definitiv den Punkt. Warst du schon einmal in Sao Paulo? Nein, das ist mein erstes Mal. Aber ich habe von einem Freund tolle Dinge über diesen Ort gehört. Hier ist es genauso. Ich bin auch wirklich beeindruckt von dem Service. Unser Kellner ist sehr aufmerksam und freundlich. Dem stimme ich zu. Es ist immer schön, sich willkommen und umsorgt zu fühlen, wenn man auswärts ist. Ich auch. Und vielleicht muss ich den Bürger beim nächsten Mal probieren. Es sieht zu gut aus, um es sich entgehen zu lassen. Haha, ich mache dir keine Vorwürfe. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Hier Anna, weißt du, wann der nächste Bus kommen soll? Ich bin mir nicht sicher, aber der Zeitplan sagt, dass es in etwa 10 Minuten hier sein sollte. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich hasse es, auf den Bus zu warten, wenn es draußen wirklich heiß ist. Hast du lange gewartet? Nein, ich bin erst vor ein paar Minuten hierher gekommen. Wie steht es mit dir? Ich warte seit etwa 15 Minuten. Den letzten Bus verpasste ich nur um wenige Sekunden. Oh nein, das ist frustrierend. Hoffentlich wird dieser nicht zu voll sein. Ja, das hoffe ich auch. Es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf jeden Fall. Aber es ist besser, als im Stau zu stehen, oder? Haha, ja, das stimmt. Benutzen Sie häufig öffentliche Verkehrsmittel? Ja, ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Es ist nicht mein Favorit, aber es ist billig und bequem. Ich verstehe dich. Ich versuche, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu gehen, wann immer ich kann, aber manchmal ist es einfach nicht praktikabel. Ja, vor allem, wenn man einen langen Arbeitsweg hat oder das Wetter schlecht ist. Ich versuche, dass der Bus bald ankommt. Ich muss zu einer Besprechung kommen. Viel Glück, John. Ich hoffe, es kommt auch bald. Hey, Anna, mir ist aufgefallen, dass du einen wirklich schönen Garten hast. Machst du viel Gartenarbeit? Ja, ich liebe Gartenarbeit. Es ist wirklich therapeutisch und ich genieße es, die Früchte meiner Arbeit zu sehen. Das ist wirklich cool. Welche Art von Pflanzen haben Sie in Ihrem Garten? Ich habe eine Vielzahl von Pflanzen, wie Tomaten, Paprika, Kräuter und einige Blumen. Ich habe auch einen kleinen Obstbaum. Das hört sich toll an. Hast du Tipps für jemanden, der neu in der Gartenarbeit ist? Klar, fangen Sie zunächst klein an und wählen Sie Pflanzen, die einfach zu züchten sind. Achten Sie auch darauf, sie regelmäßig zu gießen und Ihnen genügend Sonnenlicht zu geben. Und vergessen Sie nicht, sie zu düngen. Das sind tolle Tipps. Ich werde es mal ausprobieren müssen. Verwenden Sie spezielle Werkzeuge oder Geräte. Nur ein paar grundlegende Gartengeräte wie eine Kelle, eine Gartenschere und eine Gießkanne. Und ich verwende auch etwas organischen Dünger für meine Pflanzen. Das ist großartig. Ich bin mir sicher, dass Ihre Pflanzen die zusätzliche Pflege zu schätzen wissen. Hast du irgendwelche Lieblingsmomente bei der Gartenarbeit? Einer meiner Lieblingsmomente war, als ich meine erste Tomate geerntet habe. Es war so befriedigend zu sehen, wie sie von einem winzigen Sämling zu einer saftigen, reifen Tomate heranwuchs. Das ist erstaunlich. Ich kann mir vorstellen, wie lohnend sich das anfühlen muss. Nun, dein Garten sieht toll aus, Anna. Mach weiter so. Danke, John. Das werde ich auf jeden Fall. Lektion 103 Sessel Hi, Anna. Hast du schon mal einen Sessel benutzt? Ich denke darüber nach, mir einen für mein Wohnzimmer zuzulegen. Ja, ich habe einen in meinem Familienzimmer. Es ist wirklich bequem und eignet sich hervorragend zum Faulenzen. Das ist genau das, wofür ich es haben möchte. Hast du Empfehlungen für Marken oder Styles? Ich würde empfehlen, einen mit guter Lordosenstütze und einer bequemen Kopfstütze zu suchen. Sie sollten auch die Größe und den Stoff berücksichtigen, um sicherzustellen, dass er zu ihrem Raum und ihrer Einrichtung passt. Das sind gute Punkte. Glaubst du, dass ein Leder oder Stoff besser ist? Das hängt wirklich von deinem Vorlieben und deinem Lebensstil ab. Leder ist leicht zu reinigen und sieht gut aus, aber es kann im Winter kalt und im Sommer heiß sein. Der Stoff ist bequem und in einer Vielzahl von Farben und Mustern erhältlich, kann aber schwieriger zu reinigen sein. Ich verstehe. Ich werde darüber nachdenken müssen. Fällt es Ihnen schwer, aus dem Sessel aufzustehen? Haha, manchmal kann es ein bisschen schwierig sein. Aber ich denke, das macht nur einen Teil des Charmes eines guten Relax-Sessels aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich freue mich sehr darauf, einen zu bekommen. Danke für deinen Rat, Anna. Kein Problem, John. Lass es mich wissen, falls du Hilfe bei der Auswahl oder beim Umzug in dein Haus benötigst. Wird schon gehen. Danke, Anna. Lektion 104. Ist es in Ordnung, wenn ich vorbeikomme? Hey, Anna. Ich versuche, zu dir zu kommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dort ankommen kann. Ist es in Ordnung, wenn ich vorbeikomme? Ich dachte daran, in etwa einer Stunde vorbeizukommen. Ist das für Sie in Ordnung? Das funktioniert für mich. Ich werde dafür sorgen, dass du ein paar Snacks und Getränke bereithältst, wenn du ankommst. Das ist wirklich nett von dir. Soll ich etwas mitbringen? Nein, du brauchst nichts mitzubringen. Bringen Sie sich und Ihre gute Gesellschaft einfach mit. Haha, das kann ich auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, mich auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen. Ja, das Leben war in letzter Zeit ziemlich hektisch. Aber ich bin froh, dass wir uns endlich Zeit füreinander nehmen können. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist wichtig, sich Zeit für die Menschen zu nehmen, die uns wichtig sind. Dem kann ich nur zustimmen. Okay, wir sehen uns dann in etwa einer Stunde. Hört sich gut an, John. Fahren Sie sicher und bis bald. Lektion 105, ist das ein neues Kleid? Hi Anna, du siehst heute wirklich gut aus. Ist das ein neues Kleid? Es sieht toll an dir aus. Ich mag die Farbe und den Stil sehr. Danke, John. Anfangs war ich etwas zögerlich, aber ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, es zu wagen. Du hast eine gute Wahl getroffen. Habt ihr schon Pläne für heute? Nicht wirklich, nur ein paar Besorgungen machen und ein paar Arbeiten im Haus erledigen. Wie steht es mit dir? Das gleiche gilt für mich. Ich versuche nur, etwas Arbeit nachzuholen und vielleicht etwas zu lesen. Das hört sich entspannend an. Was liest du gerade? Ich lese gerade ein Buch über Achtsamkeit und Meditation. Es war wirklich hilfreich bei der Bewältigung von Stress und Angstzuständen. Das ist großartig. Ich hatte vor, auch in die Meditation einzusteigen. Hast du Tipps für Anfänger? Sicher, ich würde empfehlen, mit nur ein paar Minuten am Tag zu beginnen und die Zeit schrittweise zu erhöhen. Und versuchen Sie, einen ruhigen und bequemen Ort zu finden, an dem Sie nicht gestört werden. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Ich muss wirklich daran arbeiten, meinen Stress besser zu bewältigen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Lass es mich wissen, falls du weitere Tipps oder Ressourcen benötigst. Danke, John. Ich weiß es zu schätzen. Und nochmals vielen Dank für das Kompliment zu meinem Kleid. Jederzeit, Anna. Du siehst toll aus. Lektion 106 Picnic Hey, Anna, das Wetter ist heute wirklich schön. Möchten Sie ein Picnic im Park machen? Das klingt nach einer tollen Idee, John. Ich liebe Picnics. Ich auch. Hast du irgendwelche Lieblingsgerichte für Picnics? Ich mag Sandwiches, Obst und ein paar Snacks wie Chips oder Cracker. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Und ich bringe auch gerne ein paar kalte Getränke wie Limonade oder Eistee mit. Das hört sich erfrischend an. Hast du einen Lieblingsplatz im Park für Picnics? Ja, es gibt eine schöne Gegend in der Nähe des Sees mit einigen Bäumen, die Schatten spenden. Es ist in der Regel auch nicht zu voll. Das hört sich perfekt an. Um wie viel Uhr wolltest du gehen? Wie wäre es in einer Stunde oder so? Das sollte uns genug Zeit geben, uns vorzubereiten und in den Park zu kommen. Hört sich gut an. Sollen wir eine Decke oder ein paar Stühle mitbringen? Ich habe eine Decke, die wir gebrauchen können. Und wir können uns auf den Rasen setzen oder eine Bank finden, wenn es nötig ist. Okay, super. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich auch. Es sollte ein lustiger und entspannter Nachmittag werden. Lektion 107 Warst du schon einmal Skifahren? Hi Anna, ich gehe dieses Wochenende Skifahren. Warst du schon einmal Skifahren? Ja, das habe ich. Es macht viel Spaß, aber ich bin nicht sehr gut darin. Haha, ich bin auch nicht sehr gut. Aber ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Das ist großartig. Wo gehst du Skifahren? Ich gehe in ein Resort in den Bergen. Es soll einige gute Pisten für Anfänger wie mich geben. Klingt nach einer guten Wahl. Haben Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie brauchen? Ja, ich habe mir ein paar Skier und Schuhe im Skigebiet ausgeliehen. Und ich habe warme Kleidung und Handschuhe dabei. Das ist gut. Skifahren kann sehr kalt sein, daher ist es wichtig, sich warm anzuziehen. Auf jeden Fall. Hast du Tipps für einen Anfänger wie mich? Sicher, ich würde empfehlen, ein oder zwei Lektionen zu nehmen, um die Grundlagen zu lernen. Und stellen Sie sicher, dass Sie auf den leichteren Pisten beginnen, bevor Sie zu den fortgeschritteneren übergehen. Das sind gute Tipps. Ich werde Sie im Hinterkopf behalten. Warst du in letzter Zeit Ski gefahren? Nein, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal Ski gefahren bin. Aber ich erinnere mich, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, ich falle nicht zu sehr. Haha, mach dir nicht zu viele Sorgen, dass du fällst. Das ist alles Teil des Lernprozesses. Okay, ich werde versuchen, mich daran zu erinnern. Danke, Anna. Lektion 108. Wann ist das Baby fällig? Hey Anna, ich habe gehört, dass du ein Baby erwartest. Glückwunsch! Wann ist das Baby fällig? Danke, John. Ja, ich bin in etwa drei Monaten fällig. Das wird ziemlich aufregend. Das kann ich mir vorstellen. Hast du dir schon einen Namen ausgesucht? Noch nicht. Wir versuchen noch, uns für den perfekten Namen zu entscheiden. Es ist hart. Ja, ich wette. Weißt du, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? Wir halten es für eine Überraschung. Wir wollen am Tag der Geburt überrascht werden. Das ist wirklich cool. Müssen Sie viele Vorbereitungen treffen, bevor das Baby zur Welt kommt? Ja, wir haben noch viel zu tun. Wir müssen das Kinderzimmer einrichten, Babyzubehör kaufen und uns über die Babypflege informieren. Das hört sich nach viel Arbeit an, aber es wird sich lohnen. Fühlst du dich bereit für den großen Tag? Ich bin nervös, aber auch aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, unseren Kleinen kennenzulernen und dieses neue Kapitel in unserem Leben zu beginnen. Das ist wunderbar, Anna. Brauchst du Hilfe bei irgendetwas? Vielleicht das Kinderzimmer einrichten oder ein paar Besorgungen machen? Das ist wirklich nett von dir, John. Ich weiß es zu schätzen. Ich werde sie in den kommenden Wochen wissen lassen, wenn wir Hilfe benötigen. Jederzeit, Anna. Ich bin für sie da. Lektion 109 Verkehrsregeln Hey, Anna, kennst du die Verkehrsregeln für das Linksabbiegen an einer roten Ampel? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, es hängt vom Bundesland oder Land ab. Mancherorts ist es erlaubt, wenn es sich um eine Einbahnstraße handelt und kein Gegenverkehr herrscht. Das stimmt. Ich denke, es ist wichtig, die Regeln zu kennen, um Unfälle oder Strafzettel zu vermeiden. Auf jeden Fall. Sicherheit sollte beim Autofahren immer an erster Stelle stehen. Apropos Autofahren, hast du schon mal einen Strafzettel bekommen? Ja, das habe ich. Ich habe vor ein paar Jahren einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen. Es war ein Weckruf für mich, beim Fahren vorsichtiger und bewusster zu sein. Ja, ein Ticket kann eine gute Erinnerung daran sein, die Regeln zu befolgen und verantwortungsbewusst zu fahren. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Autofahren ein Privileg ist, kein Recht. Das ist ein guter Punkt. Haben Sie weitere Tipps, um ein sicherer Fahrer zu sein? Sicher. Ich würde empfehlen, immer den Sicherheitsgurt anzulegen, abgelenktes Fahren wie SMS oder Essen während der Fahrt zu vermeiden und die Geschwindigkeitsbegrenzung und Verkehrsschilder zu befolgen. Das sind tolle Tipps. Ich werde dafür sorgen, dass ich sie im Hinterkopf behalte. Danke, Anna. Kein Problem, John. Sicheres Fahren Lektion 110 Hausarbeit Hi, Anna. Machst du gerne Hausarbeit? Es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich finde es befriedigend, wenn alles sauber und organisiert ist. Ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich immer besser, wenn mein Haus sauber und ordentlich ist. Ja, es kann ein bisschen mühsam sein, aber es ist wichtig, sich um unseren Lebensraum zu kümmern. Auf jeden Fall. Hast du Lieblingsreinigungsprodukte oder Werkzeuge? Ich benutze sehr gerne Mikrofasertücher und einen guten Allzweckreiniger. Und ein Staubsauger ist unerlässlich, um die Böden sauber zu halten. Das sind gute Entscheidungen. Ich muss sie ausprobieren. Hast du Tipps für jemanden, der nicht sehr gut putzen kann? Klar, ich würde empfehlen, mit kleinen Aufgaben anzufangen und sich hochzuarbeiten. Und versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu machen. Teilen Sie es in überschaubare Stücke auf. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat, Anna. Kein Problem, John. Benötigen Sie Hilfe beim Putzen oder Organisieren. Das ist wirklich nett von dir, Anna. Vielleicht nehme ich dieses Angebot irgendwann an. Jederzeit, John. Wir alle brauchen manchmal ein wenig Hilfe. Lektion 111, mündliche Prüfung. Hier, Anna, ich habe eine mündliche Prüfung für meinen Spanischunterricht vor mir. Hast du Tipps für die Vorbereitung? Sicher, ich würde empfehlen, so viel Spanisch wie möglich zu üben. Sie können auch spanische Musik hören oder spanische Filme ansehen, um ihr Verständnis zu verbessern. Das sind gute Ideen. Kennen Sie Online-Ressourcen oder Apps, die Ihnen helfen können? Duolingo und Bubble sind beides beliebte Sprachlern-Apps, die Spanisch-Courser anbieten. Und es gibt auch viele kostenlose Online-Ressourcen wie YouTube-Tutorials und Sprachaustausch-Websites. Danke, die schaue ich mir mal an. Sprechen Sie neben Englisch und Spanisch noch andere Sprachen? Ja, ich spreche auch Französisch und ein bisschen Italienisch. Wie steht es mit dir? Leider spreche ich nur Englisch. Aber ich hoffe, dass ich in Zukunft mehr Sprachen lernen kann. Das ist großartig. Das Erlernen einer neuen Sprache kann herausfordernd, aber auch lohnend sein. Auf jeden Fall. Hast du einen Rat für jemanden, der gerade erst anfängt, eine neue Sprache zu lernen? Ich würde sagen, man sollte geduldig mit sich selbst sein und keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Es ist auch wichtig, konsequent zu üben und so viel wie möglich in die Sprache einzutauchen. Das sind gute Tipps. Ich werde versuchen, mich an Sie zu erinnern. Danke, Anna. Kein Problem, John. Viel Erfolg bei der Prüfung. Lektion 112. Würdest du mich anrufen? Hi, Anna. Dürf ich dich um einen Gefallen bitten? Würden Sie mich morgen früh um 7 Uhr anrufen? Sicher, John. Ist alles in Ordnung? Brauchst du einen Weckruf oder so? Ja, ich habe ein frühes Meeting und ich möchte sicherstellen, dass ich nicht verschlafe. Ich vertraue darauf, dass du mich rechtzeitig weckst. Kein Problem, John. Ich rufe Sie pünktlich um 7 Uhr morgens an. Danke, Anna. Ich schätze es sehr. Du bist ein Lebensretter. Das ist überhaupt kein Problem. Wir alle brauchen manchmal ein wenig Hilfe. Das stimmt. Haben Sie wichtige Pläne oder Veranstaltungen? Nicht wirklich, nur ein paar Arbeitsprojekte und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. In letzter Zeit war ich ziemlich beschäftigt mit der Arbeit, aber ich versuche, mir auch Zeit für ein paar Hobbys und Entspannung zu nehmen. Das ist gut. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu haben und sich nicht zu sehr überfordern zu lassen. Auf jeden Fall. Hast du Hobbys oder Interessen, denen du in deiner Freizeit gerne nachgehst? Ich lese sehr gerne, wandere und probiere neue Rezepte in der Küche aus. Wie steht es mit dir? Ich spiele gerne Gitarre und schreibe Musik. Und ich laufe auch gerne und gehe gerne ins Fitnessstudio. Das sind tolle Hobbys. Es ist immer gut, etwas zu haben, das uns außerhalb der Arbeit beschäftigt und erfüllt. Dem kann ich nur zustimmen. Danke für das Gespräch, Anna. Sprechen Sie bald mit Ihnen. Ich würde mich freuen, dich zu begleiten, wenn ich einen Reisebegleiter brauche. Natürlich, John. Ich würde mich freuen, dich zu begleiten, wenn du einen Begleiter brauchst. Das wäre toll. Ich werde Sie über die Details auf dem Laufenden halten. Hört sich gut an. Haben Sie ein bestimmtes Ziel vor Augen? Ich dachte darüber nach, die Küste entlang zu fahren und unterwegs in einigen der Nationalparks anzuhalten. Das hört sich nach einem tollen Trip an. Ich wollte schon immer mal die kalifornische Küste sehen. Das hört sich so an, als würde es eine großartige Reise werden. Das hört sich so an, als würde es eine großartige Reise werden. Im Moment nicht, aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr eine Reise nach Europa machen kann. Ich wollte schon immer mal nach Italien und Spanien. Das hört sich toll an. Europa hat so viel Geschichte und Kultur zu bieten. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, all die Kunst, Architektur und Küche zu sehen. Ich auch. Es soll eine Menge Spaß machen. Danke für das Gespräch, Anna. Jederzeit, John. Hab einen schönen Tag. Lektion 114 Willst du eine Tasse Kaffee trinken? Hier, Anna. Willst du mit mir eine Tasse Kaffee trinken? Klar, das hört sich toll an. Haben Sie ein Lieblingskaffee im Sinn? Ja, es gibt einen neuen Ort in der Innenstadt, den ich schon immer ausprobieren wollte. Haben Sie schon davon gehört? Nein, habe ich nicht. Wie heißt es? Es heißt Breta Wagning. Sie sollen einige wirklich gute Getränkespezialitäten haben. Das hört sich interessant an. Ich bin immer bereit, neue Kaffees auszuprobieren. Ich auch. Hast du ein Lieblingskaffee-Getränk? Normalerweise bleibe ich einfach bei einem Latte oder Cappuccino. Wie steht es mit dir? Ich mag es, manchmal zu wechseln. Ich denke darüber nach, heute einen Mokka oder vielleicht ein kaltes Gebräu zu probieren. Das hört sich beides gut an. Möchten Sie sich ein Gebäck oder etwas zu unserem Kaffee schmacken? Klar, lass uns ein Croissant oder einen Muffin teilen. Hört sich gut an. Habt ihr schon Pläne für den Rest des Tages? Nicht wirklich, nur ein paar Besorgungen zu erledigen und etwas Arbeit nachzuholen. Wie steht es mit dir? Später am Nachmittag habe ich eine Yogastunde und treffe mich dann mit ein paar Freunden zum Abendessen. Das hört sich nach einem lustigen Tag an. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Yogastunde. Danke, John. Es ist immer eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und auszustrecken. Ich könnte auch etwas Dehnübungen gebrauchen. Vielleicht komme ich mal zu einem Kurs. Das wäre toll. Yoga ist für alle da, unabhängig von ihrem Können. Danke, Anna. Es ist immer schön, sich bei einem Kaffee zu treffen. Jederzeit, John. Lass es uns bald wieder tun. Lektion 115. Neue Laptops sind im Angebot. Hi, Anna. Hast du die neuen Laptops gesehen, die diese Woche im Angebot sind? Nein, habe ich nicht. Um welche Art von Laptops handelt es sich? Sie sind von einer beliebten Marke und haben viele tolle Funktionen. Und sie sind im Moment fast 30% günstiger. Das hört sich nach einem guten Deal an. Denken Sie darüber nach, sich einen zuzulegen? Ich denke darüber nach. Mein aktueller Laptop ist ziemlich alt und langsam. Wie steht es mit dir? Ich habe erst letzten Monat einen neuen Laptop bekommen, also denke ich, dass ich für den Moment gut bin. Aber danke, dass du mich informiert hast. Aber danke, dass du mich informiert hast. Kein Problem. Warten Sie normalerweise auf den Verkauf, um Dinge zu kaufen? Das kommt darauf an, was ich kaufe. Bei größeren Anschaffungen wie Elektronik oder Haushaltsgeräten warte ich normalerweise auf einen Verkauf oder Rabatt. Das ist eine gute Strategie. Haben Sie Tipps, um gute Angebote zu finden? Normalerweise schaue ich mir Online-Shopping-Websites an und vergleiche die Preise. Und ich melde mich auch für E-Mail-Newsletter von meinen Lieblingsgeschäften an, um Updates zu verkäufen und Werbeaktionen zu erhalten. Das sind gute Tipps. Ich muss sie ausprobieren. Habt ihr schon Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich, nur ein bisschen putzen und organisieren im Haus. Wie steht es mit dir? Ich gehe am Samstagabend mit ein paar Freunden auf ein Konzert. Und am Sonntag habe ich vor, mich zu entspannen und ein paar Filme zu schauen. Klingt nach einem lustigen Wochenende. Wen siehst du im Konzert? Es ist eine lokale Band, die ich schon eine Weile verfolge. Sie spielen eine Mischung aus Rock und Volksmusik. Das hört sich cool an. Ich hoffe, euch gefällt die Show. Danke, Anna. Ich freue mich darauf. Lassen Sie uns bald wieder aufholen. Auf jeden Fall. Habt ein schönes Wochenende, John. Lektion 116 Heute keine Wolke am Himmel Wow, heute ist keine Wolke am Himmel. Es ist ein perfekter Tag für ein Picknick. Ich weiß, es ist wunderschön draußen. Möchten Sie später ein Picknick im Park machen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Hast du einen Lieblingsplatz im Park? Ja, es gibt eine schöne Rasenfläche am See, die sich perfekt für Picknicks eignet. Wir können auch ein Paddelboot mieten, wenn wir möchten. Das hört sich nach Spaß an. Möchtest du etwas zu essen und zu trinken mitbringen oder sollen wir unterwegs etwas abholen? Wir können unsere eigenen Speisen und Getränke mitbringen. Ich packe ein paar Sandwiches und Snacks ein. Wie steht es mit dir? Ich bringe ein paar Früchte und Getränke mit. Haben Sie spezielle dietetische Einschränkungen? Nein, ich esse so ziemlich alles. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Ich bin nicht wählerisch, was das Essen angeht. Ich freue mich schon auf unser Picknick. Ich auch. Es ist immer schön, Zeit im Freien zu verbringen und die Sonne zu genießen. Einverstanden. Habt ihr schon Pläne für den Rest des Tages? Nicht wirklich, nur ein paar Besorgungen und vielleicht etwas lesen. Wie steht es mit dir? Ich habe am Nachmittag ein Meeting, aber danach habe ich frei. Vielleicht mache ich eine Radtour oder so. Das klingt nach einer guten Idee. Haben Sie ein Fahrrad oder müssen Sie eines mieten? Ich habe mein eigenes Fahrrad. Am Wochenende fahre ich damit gerne durch die Stadt. Das ist großartig. Es ist eine gute Möglichkeit, sich zu bewegen und die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Auf jeden Fall. Danke für das Gespräch, Anna. Lasst uns bald unser Picknick planen. Hört sich gut an, John. Hab einen schönen Tag. Lektion 117 Es ist so kalt und windig heute. Es ist so kalt und windig heute. Ich wünschte, ich hätte eine schwerere Jacke mitgebracht. Ja, es ist ziemlich kühl hier draußen. Möchtest du nach drinnen gehen und dir einen Kaffee holen, um dich aufzuwärmen? Das ist eine gute Idee. Hast du ein Lieblingskaffee in der Nähe? Nur ein paar Blocks entfernt gibt es ein schönes Lokal. Es gibt tolle Heißgetränke und Gebäck. Perfekt. Ich könnte etwas Warmes zum Trinken gebrauchen. Willst du mit mir kommen? Klar, ich war sowieso kurz davor, in diese Richtung zu gehen. Auf geht es. Danke, dass du mitgekommen bist, Anna. Habt ihr schon Pläne für das Wochenende? Noch nicht, aber ich denke darüber nach, am Samstag ins Kunstmuseum zu gehen. Wie steht es mit dir? Ich habe vor, meine Familie zu Hause zu besuchen. Es ist schon eine Weile her, dass ich sie gesehen habe. Das hört sich gut an. Wie weit weg leben Sie? Sie sind etwa drei Autostunden von hier entfernt. Es ist nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Ich versuche, sie mindestens alle paar Monate zu besuchen. Sie leben in einer kleinen Stadt, also ist es eine schöne Abwechslung von der Stadt. Das ist gut. Familie ist wichtig. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine jüngere Schwester. Sie ist noch auf dem College und studiert, um Krankenschwester zu werden. Das ist großartig. Krankenpflege ist ein wirklich wichtiger und lohnender Job. Ja, sie ist sehr leidenschaftlich dabei. Ich bin stolz auf sie. Danke für das Gespräch, Anna. Lassen Sie uns bald aufholen. Jederzeit, John. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und genießen die Zeit mit Ihrer Familie. Schau, draußen fängt es an zu schneien. Mögen Sie Schnee? Das klingt nach einer lustigen Idee. Lass mich meinen Mantel und meine Handschuhe schnappen. Hast du eine Karotte für die Nase des Schneemanns? Ich habe keine Karotte, aber ich habe eine orangefarbene Paprika. Das könnte funktionieren, oder? Klar, das könnte funktionieren. Lasst uns nach draußen gehen und unseren Schneemann bauen. Das macht so viel Spaß. Ich habe seit Jahren keinen Schneemann mehr gebaut. Ich auch nicht. Es ist schön, eine Pause von der Arbeit einzulegen und den Schnee zu genießen. Auf jeden Fall. Habt ihr schon Pläne für die Feiertage? Ich habe vor, meine Großeltern in Florida zu besuchen. Wie steht es mit dir? Ich fahre zu Weihnachten zu meinen Eltern. Normalerweise haben wir ein großes Familienessen und tauschen Geschenke aus. Das hört sich gut an. Hast du Geschwister, die dabei sein werden? Ja, meine Schwester und ihre Familie werden auch da sein. Es ist immer schön, in den Ferien Zeit mit der Familie zu verbringen. Dem stimme ich zu. Zeit mit der Familie ist wichtig. Habt ihr besondere Feiertagstraditionen? Normalerweise backen wir gemeinsam Plätzchen und schmücken den Baum. Und an Heiligabend haben wir einen Kerzenlichtgottesdienst in unserer Kirche. Das hört sich sehr gut an. Ich habe keine besonderen Traditionen, aber ich schaue mir gerne Urlaubsfilme an und trinke heißen Kakao. Das ist ein guter Weg, um in Urlaubsstimmung zu kommen. Danke für das Gespräch, John. Lassen Sie uns dies bald wieder tun. Lektion 119 Ein Haus am Ufer besitzen Hast du jemals darüber nachgedacht, ein Haus am Ufer zu besitzen? Ja, ich habe schon immer davon geträumt, ein Strandhaus zu haben. Wie steht es mit dir? Hier ist es genauso. Es wäre schön, im Sommer einen Ort zu haben, an den man fliehen kann. Auf jeden Fall. Haben Sie einen bestimmten Standort im Sinn? Ich mochte schon immer die Outer Banks in North Carolina. Es ist nicht allzu weit von hier entfernt und hat einige schöne Strände. Das hört sich gut an. Ich habe auch schon Gutes über die Strände in Mehn gehört. Mehn ist wunderschön, aber es ist ein bisschen zu weit für mich. Habt ihr schon Pläne für das Wochenende? Ich habe vor, am Samstag eine Wanderung im Wald zu machen und vielleicht am Sonntag ein Weingut zu besuchen. Das hört sich nach einem lustigen Wochenende an. Haben Sie ein Lieblingsweingut? Es gibt ein schönes in Virginia, in dem ich schon einmal war. Sie haben einige großartige Weine und einen schönen Blick auf die Berge. Das hört sich sehr schön an. Ich wollte schon immer mal auf ein Weingut gehen. Brauchen Sie Gesellschaft? Klar, ich hätte gerne Gesellschaft. Planen wir, uns dort am Sonntag gegen Mittag zu treffen. Hört sich gut an. Ich werde die Adresse nachschlagen und Ihnen die Details zusenden. Danke, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Lassen Sie uns bald aufholen. Jederzeit, John. Hab einen schönen Tag. Lektion 120 Fußballspiel Hast du gestern Abend das Fußballspiel gesehen? Es war eine Zitterpartie. Nein, ich habe es vermisst. Wer hat gespielt? Es war Barcelona gegen Real Madrid. Bis zum Schluss stand es 1 zu 1 unentschieden. Das klingt nach einem spannenden Spiel. Wer hat gewonnen? Barcelona hat in der Nachspielzeit ein Tor geschossen und damit 2 zu 1 gewonnen. Es war ein sehr intensives Match. Das ist großartig. Ich wünschte, ich hätte es mir ansehen können. Spielst du Fußball? Ja, ich spiele am Wochenende in einer lokalen Liga. Es macht viel Spaß und ist eine gute Bewegung. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Habt ihr demnächst irgendwelche Spiele? Ja, wir haben heute Sonntagnachmittag ein Spiel. Willst du zuschauen? Klar, das würde ich gerne. Um wie viel Uhr findet das Spiel statt? Los geht's um 14 Uhr im Park in der Elm Street. Ich schicke Ihnen die Adresse. Danke, John. Ich freue mich darauf. Brauchst du Hilfe bei Snacks oder Getränken für das Team? Das wäre eigentlich toll. Normalerweise bringen wir einige Wasser- und Energieriegel mit, aber zusätzliche Snacks wären willkommen. Okay, ich bringe ein paar Obst- und Müsieriegel mit. Danke, dass du mich informiert hast. Danke, Anna. Du bist der Beste. Lasst uns nach dem Spiel nachholen. Hört sich gut an, John. Viel Spaß und viel Glück. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.